Dames & Herren, heute bin ich mal wieder in Holland, genauer gesagt in der königlichen Stadt Den Haag. Hier haust nicht nur die Königsfamilie, sondern auch die kunstberühmte Holländer wie M.C. Escher, Vermeer oder Rembrandt. Und dazu muss man gar nicht mal sportlich sein, denn das Escher-Museum oder das Mauritz-Holz liegen nur einen Katzensprung voneinander entfernt. Mehr noch, früher war hier auch das Kröller-Möller-Museum, aber da ist man den Deutschen jetzt noch weiter entgegengekommen. Man hat es nach Ahrenheim verlegt, quasi schon nach Nordrhein-Westfalen. Mehr kann man nicht verlangen. Also hartelig Willkommen.